Kammersteiner Straße Ruhemater Süd Ruhemater Nord Jeckelstraße Industriestraße Maybachstraße Dianaplatz Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn Vogelweierstraße Markgrafenstraße Lothringer Straße Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn Frankenstraße Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn und zu den Buslinien Tiroler Straße Tiroler Straße Bayernstraße Festplatz Dutzendeich Dutzendeich Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn und zur Linie 55 Dutzendeich Dutzendeich Bahnhof Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn Waldlust Waldlust Schädelstraße Dutzendeich Bahnhof Dutzendeich Bahnhof Zerzabelshof Mitte Umsteigemöglichkeit zur Linie 43 und 44 Dutzendeich Bahnhof Dutzendeich Bahnhof Bingstraße Wohnstift am Tiergarten Akademie der Bildenden Künste Tiergarten Siedlerstraße Balthasar-Neumann-Straße Mögeldorf Enthaltestelle Umsteigermöglichkeit zur Straßenbahn, S-Bahn und zur Linie 40 und 45 Balthasar-Neumann-Straße Siedlerstraße Tiergarten Akademie der Bildenden Künste Wohnstift am Tiergarten Binkstraße Umsteigermöglichkeit zur Linie 43 Zerzabelshofmitte Umsteigermöglichkeit zur Linie 44 Schädelstraße Schädelstraße Waldlust Dutzendeich Bahnhof Umsteigermöglichkeit zur S-Bahn Dutzendeich Dutzendeich Umsteigermöglichkeit zur Straßenbahn und zur Linie 55 Dutzendeich Festplatz Dutzendeich Bayernstraße Umsteigermöglichkeit zur Linie 59 und zur Straßenbahn Dutzendeich Hiroshima-Platz Dutzendeich Tiroler Straße Dutzendeich Frankenstraße Umsteigermöglichkeit zur Straßenbahn, U-Bahn und zu den Buslinien Lothringer Straße Lothringer Straße Lothringer Straße Mark-Grafem-Straße Vogelweier Straße Vogelweier Straße Vogelweier Straße Dutzendeich Dianaplatz Umsteigermöglichkeit zur Straßenbahn Dutzendeich Maybachstraße Dutzendeich Industriestraße Industriestraße Jäckelstraße Hohe Mater Nord Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn und zur Linie 35 Hohe Mater Süd Kammersteiner Straße Röthenbach, Endhaltestelle Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn und zu den Buslinien